Guten Tag, Stefan Gutenberg mein Name. Ich rufe an von RTL World und führe eine Umfrage zu unserem neuen Format Deutschland sucht den Superstar. Haben Sie das Format gesehen? Äh, ne und Sie rufen gerade sehr ungünstig an, muss ich sagen. Ähm, darf man erfahren wieso? Ganz einfach, weil ich gerade in der Badewanne sitze. Ja, dann können Sie ja... Was machen Sie denn in der Badewanne? Wie bitte? Was machen Sie denn in der Badewanne? Na, drinnen sitzen und mich was? Was macht man sonst in der Badewanne? Ja, dann können Sie auch telefonieren. Ja, und das Telefon wird nass. Dann trocken Sie vorher ab, Jan. Wenn der Telefon nass wird, würde ich mal den Kopf über Wasser halten. Ich hatte einen Tag und wollte jetzt eigentlich relaxen. Was hatten Sie für einen Tag gehabt? Einen stressigen. Warum? Ja, weil ich von früh bis abends in der Firma stande und meine Buchhaltung alles machen musste. Heute ist Sonntag, wird nicht gearbeitet. Was sagen Sie? Ja, ich meine, ich muss auch an. Es tut mir ja leid, Sie zu belästigen, aber da können Sie mich bei Dr. Thoma bedanken. Nee, wäre das morgen möglich, dass Sie mich morgen nochmal anrufen? Das sind nur ein paar Fragen, die können wir jetzt schnell abhaken. Ja, aber ich würde mich gerne jetzt entspannen und habe jetzt absolut keinen Nerv dafür. Okay. Also morgen bin ich da gerne bereit in der Hinsicht zu reden, aber nicht jetzt bitte, okay? Ja gut. Danke. Eine Frage noch.